Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Audience-Building und Audience-Development in der Filmproduktion. Denn Audience-Building wird in unserer heutigen Zeit immer wichtiger, da wir in einer Zeit leben, in der es nicht an Medien mangelt und jeden Tag mehr und mehr Medien dazukommen. So kann das Aufbauen oder die Suche nach der Zuschauerschaft bereits bei dem Entwicklungsprozess des Films helfen diese Zuschauer in der Distributionsphase direkt anzusprechen und dafür sorgen, dass wir das machen können, was wir mit unserem Film machen möchten. Nämlich den Zuschauer erreichen, ihn zu nachdenken anregen oder auch einfach nur entertainen. Passend zu unserem letzten Gespräch mit den beiden Regisseurinnen Halea Isabella Kahler und Luisa Daringer sprechen wir in dieser Folge ein weiteres Mal über das Thema Crowdfunding und fügen zusätzlich die immer wichtiger werdenden Themen Audience-Building, Audience-Development und die Möglichkeiten daraus für den Film in das Gespräch ein. Eingeladen dafür habe ich mir den Paul Ried, der sitzt jetzt gegenüber von mir und wie immer, wie ich es immer bis jetzt gemacht habe, ist es so, dass Paul Ried sich am besten selber vorstellt und kurz, in kurzen Zusammenfassungen, sagt, was er so macht. Hallo Eugene, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Paul Ried. Du hast mich gerade im Vorgespräch schon gefragt, wie ich denn eigentlich mich selber bezeichnen würde von der Funktion und von der Jobbeschreibung. Das ist gar nicht so einfach, da es relativ umfassend ist. Also auf der einen Seite bin ich in dem neuen Bereich Audience-Strategy, Audience-Design, Community-Building tätig, zusätzlich auch Crowdfunding- und Marketingberater und Stratege. Sehr intensiv im Filmbereich, aber auch in anderen kreativen Feldern. Dazu bin ich auch Dozent und Vortragender und Workshopleiter. Und dazu bin ich auch noch Produzent und Regisseur, also habe auch eine kleine Videoproduktionsfirma. Machst du Dokumentarfilme dann auch? Nee, ich mache bisher nur quasi Corporate-Content für private Auftraggeber oder Institutionen, die quasi sagen, hey, wir wollen gerne eine kurze dokumentarische Reihe für Online-Verwertung oder andere Kunden, die sagen, hey, wir haben folgenden Gegenstand, und wir wollen den in unserer Community gerne weiterbringen, so Stichwort Tutorials und Learning oder auch mal ein Crowdfunding- und Pitching-Video oder Social-Media-Clips, so ein bisschen in die Richtung. Und wie kamst du denn darauf, dass dieses Thema Audience-Building oder Developing etc., warum ist das so wichtig? Genau, also 2015 habe ich ein Buch rausgebracht, das heißt Doc & Crowd, über die Finanzierung und Distribution von Dokumentarfilmen. Das basiert da auf meiner Magisterarbeit damals. Ich war der letzte Magisterstudiengang in meiner Uni, bevor sie das alles auf Master umgestellt haben. Genau, und da habe ich mich mit der deutschen Dokumentarfilmenindustrie beschäftigt und habe geschaut, wie lassen sich Filme, Kinodokumentarfilme finanzieren, wie ist dieses Fördergeflecht aus regional, national, europäischer Förderung, wie werden die verwertet, Verleih, Kino, DVD-Distribution, Fernsehen, was gibt es da für Sendeplätze und so. Und ich dachte mir, wow, das ist ziemlich komplex, das quasi so zu ergründen, aber dann dachte ich mir so, okay, das ist quasi so die alte Welt. Und was geht denn im Internet jetzt? Und dann bin ich auf ein Phänomen gestoßen, das hieß Crowdfunding, das war 2010. Da war das Phänomen gerade dabei, die Öffentlichkeit zu erreichen. Und dachte mir, wow, was ist denn hier? Und du kannst über so eine Plattform dein Projekt online stellen und dann suchst du dir die Community selber zusammen, die dein Projekt finanziert. Und du machst das unabhängig von Förderinstitutionen und unabhängig von irgendwelchen Einreichfristen oder irgendwelchen Abgaben in zehnfacher Ausführung, Kilogramm Papier. Du machst das einfach über deinen eigenen Aufwand und deinen Social-Media-Game. Das ist interessant. Und gleichzeitig habe ich mir dann angeschaut, wie läuft VOD. Und das waren noch Plattformen wie Love Film gab es damals noch. Die wurden dann von Amazon gekauft und Max Dome war groß und noch zwei, drei andere. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wie der Dokumentarfilm da performt. Das war gar nicht so einfach, weil die großen Player auch keine Abspiel- und Abrufzahlen preisgeben, wie das jetzt bei Netflix auch so ist. Und dann dachte ich mir, okay, aber was man dafür wissen muss, ist Social Media. Okay, was gibt es denn da? Und auf einmal gab es dann eine Position. Das war der Producer of Marketing and Distribution. Und auf einmal bin ich dann in diese Welt so eingetaucht. Und das war 2010, wie gesagt. Und dachte mir so, wow, das ist ganz, ganz spannend. Und das ist in Deutschland noch gar nicht toll etabliert, weil halt so viele Personen, Institutionen, Produktionsfirmen und so weiter aufgrund dieses alten Systems basieren. Und da habe ich mich jetzt die letzten Jahre immer mehr reingearbeitet und habe da jetzt mir so eine Art Nische auch gesucht für mich. Und in der bin ich tätig. Und das macht viel Spaß. Hast du das Gefühl, weil du gerade Crowdfunding angesprochen hast, dass sich das jetzt auch allgemein, mein Dokumentarfilm zu fördern, ist ja schon immer schwierig gewesen oder aufwendig oder wie man das auch immer nennen möchte. Hast du das Gefühl, dass eben Crowdfunding dort irgendwie das vereinfacht hat oder verändert hat? Also verändert schon, aber vereinfacht oder in irgendeiner Art und Weise? Ich habe das Gefühl, dass Crowdfunding-Produzentinnen und Produzenten einen Plan B gegeben hat. Was meine ich mit Plan B? Es gibt eine Finanzierungsoption, eine Alternative oder eine zusätzliche. Crowdfunding-Mittel können als Eigenmittel auch in Kalkulation mit auftauchen. Sprich, ich habe die Möglichkeit, selber meine Crowd zu erreichen und kann darüber auch Gelder einsammeln. Wir müssen ehrlich sein, dass die Summen, um die es im Durchschnitt geht beim Crowdfunding, immer noch bei Weitem nicht an das rankommen, was quasi der Förderbedarf ist für Dokumentarfilme, aber auch Spielfilme. Beim Kurzfilm sieht es ein bisschen anders aus. Dadurch, dass die in der Regel eh kleiner budgetiert sind, ist das möglich, ein Kurzfilmbudget zusammenzusammeln. Allerdings ist dann auch immer die Frage, für wen ist das? Was gebe ich quasi als Gegenleistung und so weiter? Das ist für einen Kurzfilm gar nicht so einfach. Für Langfilme ist es aktuell nur eine Finanzierungsbeigabe, nennen wir es mal so. Gleichzeitig aber auch die Option zu sagen, hey, wenn ich einen Finanzierungsbedarf habe, kann ich den auch unabhängig von Förderinstitutionen zusammensammeln. Und ja, also was man mal so sagen kann, ich habe mal so ein paar kleine Zahlen mitgebracht, dass man, wenn man Kickstarter sich anguckt, das ist die größte internationale Crowdfunding-Plattform, die auch als einzig ihre Zahlen rauslässt. Da haben wir das Phänomen, dass es insgesamt 73.650 Projekte im Bereich Film und Video gab. 73.000 mit einer Erfolgsquote von 37 Prozent. Von denen sind quasi für die Erfolgreichen knapp 400 Millionen Dollar eingesammelt worden. Das ist ungefähr das, was die bundesdeutsche Filmförderung jedes Jahr auszahlt durch Steuergelder. Die wurden hier durch die Community in Filmprojekte gegeben. Und das, muss ich sagen, ist erstmal ein Haufen Geld. Das ist jetzt weltweit. Genau, das ist weltweit. Da ist es ganz vielen Filmmacherinnen und Filmemachern gelungen, ihre Community zu aktivieren und um Geld zu beten und ihnen im Gegensatz oder in Gegenleistung dazu Rewards und Gegenleistungen zur Verfügung zu stellen, wo die Crowd gesagt hat, ja, das ist mir das Geld wert. Und das ist eine ganz schöne Summe, die ich ziemlich beeindruckend finde, weil was geht damit einher? Nur eine Kampagne online zu stellen reicht heutzutage nicht. Dafür ist viel zu viel Konkurrenz. Aktuell sind 258 Projekte auf Kickstarter im Bereich Video und Film allein, mit denen du quasi konkurrierst. Und insgesamt sind es 3.000 Projekte, die auf Kickstarter aktuell online sind. Sprich, du musst schon im Sinne des Audience Building, Community Building, dich sehr drehen, zu sagen, hey Leute, das ist meine Kampagne, guckt doch mal drauf und gebt im besten Fall Geld. Und das ist wichtiger denn je. Und ich glaube, dass dieses ganze, also das Ringen um Aufmerksamkeit gerade so die Frage oder das Thema der Zeit ist. Und das merken die Kinos, das merken die Fernsehsender, das merken alle möglichen Online-Plattformen. Ja, und da ist die Filmwirtschaft auf jeden Fall auch gefordert. Und da quasi Angebote zu liefern oder der Industrie zu sagen, hey, das könnte man machen, das ist mein Geschäft. So ein bisschen Einblick zu geben auch, dass es das so oft gibt. Meistens finde ich so, Crowdfunding ist schon eher besser für Projekte, also wenn es um den Bereich Film geht, für Projekte, die eben so dokumentarisch sind, als für narrative Sachen. Weil narrativ verkaufst du ja mehr so eine Idee, die es halt einfach noch nicht gibt. Also das ist was Neues, was man sich so eine Gehirngespinst, nennen wir es mal so. Beim Dokumentarfilm kannst du ja auf eine Masse von Leuten zugreifen, die vielleicht irgendwas mit diesem Thema zu tun haben. Machst du einen Dokumentarfilm über Aktivisten, dann kannst du ja gucken, okay, in dem Bereich, wen kennt die, wer gehört da in diesem Bereich dazu? Und kannst die vielleicht so ein bisschen dazu gewinnen, zu sagen, ja, ich möchte das sehen halt. Hast du auch das Gefühl, dass sie eher in diesem Dokumentarfilm da erfolgreicher sind als narrative Sachen, Projekte? Ja, also da gibt es auch Zahlen zu, dass der Dokumentarfilm stärker vertreten ist im Bereich Crowdfunding. Ich glaube, dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Das eine ist natürlich, dass der Inhalt, so das Thema, da gibt es jetzt auch eine Studie von der FFA zum Dokumentarfilmpublikum. Da können wir später auch nochmal darauf eingehen, wer denn eigentlich Dokumentarfilme im Kino schaut heutzutage. Das ist nämlich auch ein spannendes Thema. Aber nochmal kurz zu der Frage, was bringt eben Dokumentarfilm Crowdfunding oder andersrum? Also du hast ein Thema, womit du eine Crowd begeistern kannst. Du hast oft institutionelle Partner, du hast Organisationen, du hast NGOs, du hast Multiplikatoren, du hast irgendwelche Aktivistinnen, Aktivisten, die in dem Thema in der Regel schon tätig sind. Sprich, mit denen hast du eh zu tun im Zuge der Recherche, im Zuge des Drehs und so weiter. Die haben alle eine Community. Mit denen zu arbeiten ist zum Beispiel ein spannender Prozess. Dafür muss man aber schon ganz früh wissen, dass man mit denen arbeiten möchte oder dass es zielführend sein kann, die zu aktivieren bzw. in irgendeiner Weise mit einzubeziehen. Dann hat der Dokumentarfilm natürlich so von der finanziellen Konstitution, glaube ich, überhaupt kein Problem, der Crowd zu sagen, hey, wir brauchen finanzielle Unterstützung, weil alle wissen, so einen Dokumentarfilm zu machen, bedarf ganz viel Zeit, ganz viel Energie. Selbstausbeutung ist hier ein großes Thema, aber vor allem Leidenschaft. Und deshalb ist es nicht so, wir müssen die Gagen, egal wie hoch die sind, unser Maincast bezahlen. Es geht darum, Lizenzen zu bekommen, Recherchen, Transkriptionen und so weiter. Also dieser ganze Finanzierungsbedarf ist, glaube ich, zu gewissen Teilen eher nachvollziehbar für die Crowd. Ich glaube, es ist so, da gibt es natürlich auch immer große Unterschiede, welche Dokumentarfilme es sind. Es gibt die großen Kampagnenfilme, wo auch Impact-Producer und so weiter Thema sind. Das ist natürlich was ganz, das ist issue-driven. Und dann gibt es Beobachtungen von kleinen individuellen Geschichten, wo es dann vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Dennoch glaube ich, es ist möglich, für jeden Film eine Community zu finden. Außerdem sind Dokumentarfilme in der Regel persönlich, haben eine kleine Crew und leben durch den Willen des Autors bzw. der Autorin und durch die Leidenschaft. Und deshalb geht das natürlich einher mit einer Crowdfunding-Kampagne, die immer sehr persönlich ist, wo es immer darum geht, dass quasi das innere Center des Projektes sagt, hey Leute, wir brauchen euch, ansonsten können wir dieses Projekt nicht beginnen, fertigstellen oder der Öffentlichkeit zeigen. Es gibt ja auch unterschiedliche Stufen, wo man Crowdfunding anwenden kann. Und ja. Definitiv, also da merke ich auch so, du hast recht, das geht jetzt nicht um Gagen, die man bezahlen muss, oder zumindest muss man jetzt nicht das Erste, was man vorhanden denkt, ist halt beim Dokumentarfilm, der muss irgendeine Gage bezahlen, sondern man denkt schon beim Dokumentarfilm, das Geld, was gefördert wird, ist wirklich für die Erstellung des Projektes, was beim anderen ja genauso dasselbe ist, aber ist wahrscheinlich für den Zuschauer oder für den, der halt denkt, ich würde das gerne unterstützen, viel einfacher nachvollziehbar. Weil es ist jetzt nicht, du weißt ja nie, wie viel jetzt der XY-Schauspieler am Ende davon kriegt. Aber hier weißt du ganz klar, das läuft alles in die Reisekosten, in die Produktionskosten von dem Ding. Da gebe ich dir recht. Und ich glaube auch, ja, bestimmt, deswegen macht es es wahrscheinlich auch einfacher für den Unterstützer zu sagen, ja, da gebe ich jetzt für das Projekt wirklich das Geld aus. Gebe ich, ja, definitiv. Das heißt, genau, du hast ja gesagt, das ist halt ein Zusatz, eher Zusatz zu sehen als eine gesamte Förderung. Was wird denn da nach deiner Recherche oder was du so rausgefunden hast, so ungefähr meistens so befördert? Wie viel, von welchem so umrehen wir? Also in den USA kann das im Dokumentarfilmbereich bis zu über einer Million Dollar gehen. Da gibt es Beispiele von Kickstarter und Indiegogo. Es gibt zum Beispiel einen großen Dokumentarfilm über Frank Zapper. Der hat 1,1 Millionen Dollar eingesammelt. Dann geht es weiter bis zu 800, 600, 300.000, viele Projekte im Bereich 300.000 in den USA. In Deutschland haben wir das Problem, dass wir eigentlich nicht nach Genres klassifizieren können auf den Plattformen. Also das ist echt das Besondere an Kickstarter, dass die es einem einfach machen als Industry Journalist oder Researcher oder sowas. Und wenn wir uns das für den Deutschmarkt angucken, dann haben wir da große Projekte, wie zum Beispiel den Dokumentarfilm über Borussia Dortmund und den Gründungsvater Franz Jakobi. Die haben 217.000 Euro eingesammelt. Mit denen habe ich auch für Doc & Crowd ein Interview gemacht. Die war zum Beispiel, deren Geheimrezept war, dass sie selber, okay, Fußball wissen wir eh so, ist ein riesen Kulturgut dieses Landes. Borussia Dortmund dann auch noch der riesige Verein mit einer riesen Fanszene. Aber die Leute, die den Film gemacht haben, waren selber Fans und selber Teil der aktiven Fanszene. Sprich, die standen selber jedes zweite Wochenende auf der Südtribüne und haben dann vor der Südtribüne auch so Klingelkästen und so hingepackt und haben gesagt, oder sagt man Klingelkästen, also zumindest irgendwelche Donationboxes, wo man quasi sagen konnte, hey, hier, gib mal Geld für Franz Jakobi. Die haben Projekte gemacht, auch mit Spielern. Der Verein stand dahinter. Sprich, die haben das quasi sehr, sehr rund geplant, haben auch Offline-Events gemacht mit Konzerten und so weiter und haben am Ende wohl sogar 300.000 eingesammelt, wo dann noch zusätzliches Geld parallel über andere Kanäle kam. Dann gibt es ein anderes großes Sportprojekt, das sind 321.000 Euro über die Hockey-Mannschaft, die deutsche Hockey-Nationalmannschaft. Dann gibt es Fortunas Legenden. Also auffällig ist, dass es ziemlich viel Fußball ist und ziemlich viel Sport. Was natürlich interessant ist, Weid, der Travel-Dokumentarfilm, der alle möglichen Rekorde gebrochen hat, auch die haben Crowdfunding gemacht mit 35.000 Euro. Auch ein Dokumentarfilm. Dann gibt es ja auch noch einen anderen Sport-Dokumentarfilm. Also wir sehen ziemlich viel Sport. Da können jetzt alle Crowdfunding-Kritikerinnen und Kritiker wieder sagen, naja, klar, Sport, da sind eh die Leute und so weiter, das ist am einfachsten. Das sehe ich aber nicht als Problem, sondern ganz im Gegenteil als ein gutes Learning, wie man quasi mit Communities umgehen kann und wie man die aktivieren kann. Und ich bin der Meinung, dass diese Communities zu jedem Thema gilt. Und natürlich sind die dann ein bisschen schwieriger zu erreichen, aber sie sind dennoch erreichbar. Und das ist am Ende die große Herausforderung, vor der wir stehen, wenn es um Audience-Building geht. Dass wir frühzeitig uns fragen, wer sind diese Partnerinnen und Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können? Wer sind diese NGOs, wer sind diese Institutionen? Wer sind Meinungen oder Reichweiten, starke Publikationen im Internet, Offline, Print, Radio, wo auch immer? Wie können wir Community aufbauen? Und das ist für jedes Projekt immer individuell. Das ist ein ganz doll strategischer Prozess. Und wenn ich mich mit Projekten zusammensetze, dann ist es auch teilweise gar nicht so klar, ist das jetzt eine Crowdfunding-Beratung oder eine Audience-Engagement-Beratung, sondern das entwickelt sich auch im Zuge der Projektbesprechung. Von wegen, habt ihr zusätzlichen Finanzierungsbedarf? Ja, wie hoch ist der? Okay, macht es da Sinn, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen? Haben wir dafür überhaupt Ressourcen? Weil Crowdfunding ist unglaublich zeit- und ressourcenintensiv. Nee, die haben wir nicht, die würden wir lieber in eine ordentliche Social-Media-Kampagne oder sowas oder über andere Kanäle probieren, an Geld zu kommen, die halt dann eher große Chunks von institutionellen Partnern sind. Das heißt, für dich ist ja auch so ein bisschen das Crowdfunding ja auch wirklich eine Methode oder besser gesagt ein Werkzeug, um Audience zu developen, um die Zuschauerschaft im Nachhinein nach der Distribution überhaupt bereit für den Film zu machen oder schon das Interesse zu wecken, oder? Also hört sich so aus. Genau, damit hast du es, you hit the nail on the head. Genau, also es geht, Crowdfunding wird immer wieder auf den ersten oder nee, auf den zweiten Teil des Wortes reduziert, das ist das Funding. Es geht aber um Crowd und das ist eben die Kombination aus Community, Building und Finanzierung. Und das eine funktioniert nicht ohne das andere. Also wenn ich Produzenten treffe und Produzenten, die dann sagen, hey Paul, wir wollen gern das und das Geld von unserer Crowd und ich dann frage, naja, wie viel wollt ihr denn oder wie intensiv wollt ihr denn mit eurer Crowd und Community arbeiten und was sind denn da eure Ideen oder wie viel Energie, nee, eigentlich nicht so viel, wir wollen nur das Geld. Dann so funktioniert das nicht. Ich glaube, das ist aber auch ein Resultat aus der Förderpolitik hierzulande, dass die Branche jahre, jahrzehntelang Anträge geschrieben hat und da musste noch kein einziger Teil der Community in irgendeiner Weise aktiviert werden. Sondern darum geht es, dass die Community quasi die Förderreferentinnen und das entscheidende Fördergremium ist, was dann quasi sagt, ja, ich bin überzeugt davon, wir machen das Projekt. Und das ist eine ganz andere Art von Community Building. Das ist nämlich nicht Outreach und das ist nicht Audience, sondern das ist institutionelle Community aufbauen und überzeugen. Hast du das Gefühl, das ist ein Lernprozess jetzt allgemein? Du hast ja gesagt, du bist ja arbeitest ja schon in diesem Bereich seit 2010, oder schon früher, aber seit 2010 mit dem Buch etc. Hat sich das jetzt geändert, jetzt heutzutage, wo man vielleicht noch mal ein bisschen stärker auf die Community achten muss, weil einfach, sonst wandern uns die Leute weg? Also mein Gefühl ist, dass die Problematik und die Herausforderungen haben sehr viele in der Filmbranche verstanden. So von wegen, wir müssen was anders machen. So wie es jetzt ist, funktioniert es nicht mehr. Dann gibt es Institutionen, die anfangen, Lösungen anzubieten. Oder das mittlerweile auch schon relativ lange. Schon seit acht Jahren ist das Torino Film Lab daran, am Arbeiten die Position des Audience Designers zu definieren. was macht diese Person, an welchem Zeitpunkt macht es Sinn, mit einem Audience Designer zusammenzuarbeiten und was kommt am Ende bei raus? Und da sind schon ganz viele Gedanken und ganz viele Learnings schon passiert, wie dieser Bereich oder diese Position einem Filmteam und einem Projekt helfen kann. Der PMD von John Rice wurde, ich glaube, 2009 in einem Blogartikel schon thematisiert und dann in einem Buch 2011 nochmal veröffentlicht. Also auch diese Position ist klar. Der Impact Producer von BritDoc, jetzt The Doc Society, quasi entwickelt, hat schon so viele erfolgreiche Impact Campaigns, die nachlesbar sind auf den Webseiten. Also es gibt schon ganz viel Potenzial und Leute wie meine Kollegen und ich sind dabei, quasi jeden Tag fast draußen rumzulaufen und zu sagen, hey, es gibt Leute, die in diesem Bereich arbeiten. Lass uns zusammenarbeiten und eurem Projekt helfen. Und da habe ich das Gefühl, dass die Institutionen teilweise nicht ganz so schnell sind. Macht das nicht eigentlich die Produktion? Also ist es nicht ein Teil von der Produktion, das zu machen, eben zu schauen, wer ist die Audience und wo wollen wir mit dem Projekt hin? Wie kommt es, dass man da jetzt nochmal jemanden von außen braucht, der da anschiebt? Genau. Die Produktion hat in der Regel ihre eigene Expertise und das ist in der Kalkulation, Planung und Realisation von Filmprojekten. Mit dem Bereich Audience Building und Marketing und Outreach haben die in der Regel nicht so viel zu tun, weil das der Verleiher macht. Das stimmt. Das ist mir gerade auch, wo du es gerade erzählt hast, ist mir so in den Kopf gegangen, stimmt, die Distribution ist ja auch nochmal eine andere. Genau. Also im Prinzip machen wir so ein bisschen Verleiherarbeit, die aber vorgezogene Verleiherarbeit ist. Sprich, wir sind sehr früh schon dabei, mit Community zu arbeiten, diese aufzubauen, um dann am Ende, wenn der Film ins Kino kommt, zu sagen, hey, wir fangen nicht bei Null an und etablieren jetzt nicht einen Brand. Jeder Film ist ein Brand. Jeder Film ist für mich auch eine Art neues, kleines Start-up, was man entwickelt, wo man dann immer sagt, okay, für wen ist dann das Produkt dieser Film? Und ja, das ist Distributorenarbeit und wir probieren da quasi so ein bisschen so ein Dreieck aufzubauen zwischen Produktion, Verleih und dem Audience Designer oder Audience Strategist. Du merkst, es ist schon immer noch relativ schwierig, diese Funktion, diese Berufsbezeichnung quasi richtig in den Namen, mit einem Namen zu beschreiben. Aber zu sagen, wir sind eine Schnittstelle und übernehmen Aufgaben von dem einen und dem anderen immer mit dem Ziel, mit der Community zu arbeiten. Das kann auch Crowdfunding sein. Da können ein, zwei, drei Crowdfunding-Kampagnen auch in einem Projekt geführt werden. Das geht darum, die Zusammenarbeit auch mit Verleihern, Presse. Es geht darum, auch zusätzlichen Content auch zu erstellen. Ich finde es immer noch unfassbar, dass bei großen Dokumentarfilm-Projekten gerne auch 300 Stunden Rohmaterial dabei sind. Da sind ganz viele Interviews, da sind so viele Schnipse, die, wenn mich das Thema interessiert, ich eigentlich gerne sehen würde, die dann aber in irgendwelchen Bins im Avid oder im Schnittraum auf Festplatten landen und eigentlich nie wieder gesehen werden. Und das finde ich total schade. Und ich glaube, dass die Community da viel mehr Interesse noch hat, in die Welten einzutauchen. Und das wäre halt auch so im Sinne eines Audience Strategist, zu sagen, okay, wie kann man die Geschichten auf anderen Kanälen noch mit anderen medialen Inhalten noch weiter erzählen. Hast du da ein Fallbeispiel von einem Dokumentarfilm, wo du denkst, die haben das echt, das, was du gerade erzählst, so ein bisschen verstanden, so umzusetzen halt? Also erst mal, wenn wir uns angucken, was da Doc Society mit den Impact-Producern macht, das ist ein ganz, ganz spannender Überblick. Das ist nämlich eine Liste von, ich lang mich tot, vielleicht 30 Projekten, die quasi parallel zu den Filmen eine Kampagne gemacht haben, eine Impact-Kampagne, wo gesagt wurde, der Film ist quasi nur ein Teil der Agenda, aber die Agenda ist größer. Und man probiert mit der Kampagne quasi einen richtigen Real-Life-Impact zu machen. Und da kennst du vielleicht den Virunga-Dokumentarfilm, genau, über den Kongo. Da ist es zum Beispiel gelungen mit Hilfe, okay, da hatten wir auch sehr reichweitenstarkes Personal an Bord, wie Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Aber es wurde geschaffen, innerhalb dieser Kampagne so viel Druck auf dieses Petrol, also auf diesen Konzern auszulösen, dass das Unternehmen sich aus dem Nationalpark zurückgezogen hat. Und am Ende jetzt diese Gorilla da happy in der Natur rumspringen können. Und das ist zum Beispiel so, ich glaube, das ist von der Messlatte so das oberste, was man erreichen kann. Dass man sagen kann, hey, ich mache meinen Dokumentarfilm mit diesem Ziel. So, nicht nur den Film zu machen, sondern ich will Impact. Und das muss der Impact sein. Da gibt es eine ganze Liste von Projekten, das können wir vielleicht in die Show-Notes reinnehmen. Dann gebe ich dir diese Liste. Ich glaube, ist ganz spannend zu sehen. Und dann arbeite ich gerade an einer Reihe von Projekten, über die ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht so viel sagen kann, weil das auch damit zu tun hat, wer da jetzt noch als Förderer und Partner an Bord kommt. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich öfters angesprochen werde von Projekten, die schon fertig sind, wo man quasi dann eher in der Funktion des Marketings agiert. Also das ein bisschen facettenreicher und ein bisschen ausführlicher und ein bisschen spannender zu gestalten. Das ist eigentlich zu spät, in meiner Meinung nach, weil wir viel früher an Bord kommen sollten. Wann denkst du ungefähr? Gerne bei, erste Gespräche gerne bei der Stoffentwicklung. Also mein Learning, jetzt ich war Tutor in dem letzten Feature Lab 2019 vom Turino Film Lab. Da werden eine Reihe von Projekten im Zuge von drei Workshops quasi weiterentwickelt. Die sind alle an Script Stage. Und da gucken die besten Script-Konzerts auf dein Skript und geben dir Feedback. Dann gibt es da Post-Production-Leute, Producer, die quasi auf dein Projekt gucken und sagen, hey, wie willst du das umsetzen, kann ich dir irgendwie noch einen Tipp geben. Also das ist wirklich geballtes Wissen. Und die haben gesagt, hey, es macht schon Sinn, an dem frühen Stadion auch einen Audience-Designer mal auf dein Projekt gucken zu lassen und dir ein bisschen Feedback zu geben. Sprich, ich hatte da elf Projekte, mit denen ich über ihre Audience gesprochen habe. Und die haben alle gesagt, Paul, das ist total spannend, weil wir haben darüber noch nie so nachgedacht. Und auch weil wir hier nur einen kurzen, kompakten Zeitraum hatten, hat uns das so ein bisschen auch die Augen geöffnet, weil wir jetzt einen anderen Blick auf unser Projekt haben. Weil wir eben nicht nur in unserer Blackbox denken, so wie wird unser Projekt, wie wir uns das vorstellen, sondern auch, wen können wir da erreichen und was können wir auch währenddessen schon produzieren, was für die Crowd interessant sein könnte. Es ist nicht so ein allgemeines Thema in der Filmszene, dass man ja immer als Kreativer sich da auch nicht so gerne einschränken möchte. Man möchte nämlich das Projekt machen. Weil man irgendjemanden pleasen möchte für irgendjemanden, sondern man möchte es machen, weil man es selber machen möchte. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, ich mache diesen Film, um einen Film gemacht zu haben, dann würde ich sagen, mach das. Aber dann ist es ein relativ teures Hobby, was du dir ausgesucht hast. Oder du bist in deiner Karriere so weit, dass es am Ende egal ist, weil was du zustande bringst, das ist so heftig, dass alle den eh sehen wollen. Aber ich glaube, es reicht nicht zu sagen, hey, ich mache den Film nur für mich. Sondern es ist am Ende ein Kunstwerk. Es ist ein Stück Medium. Es ist ein Projekt, es ist ein Produkt. Es ist etwas, was eigentlich dadurch lebt, dass es nicht nur projiziert wird, sondern dass auch Leute sich das angucken und in irgendeiner Weise darüber sprechen, emotional berührt werden, einen Impact die Sache macht, amüsiert werden, wie auch immer. Aber es geht darum, dass du mit deinem Projekt eine Reaktion hervorrufst. Und die kannst du nur machen, wenn du dein Publikum findest. Und das ist heute die Frage der Stunde. Wie gelingt mir das? Wenn dir das egal ist, dann würde ich das A so laut nicht sagen. Weil das bedeutet auch, dass mir mein Publikum ehrlich gesagt scheißegal ist. Weil so funktioniert es halt nicht. Sondern ein anderer Schuh wird raus, zu sagen, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ich sehe da eigentlich ziemlich viele von euch im Publikum da drin. Und ich glaube, der wird euch gefallen. Da hatte ich doch eine ganz andere Ansprache, als wenn ich sage, so von wegen, ey, ob dir kommt oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. So funktioniert es leider nicht. Ich glaube, das ist aber oft so diese schwierige Waage, die man als Regisseur oder nennen wir es in dem Fall Autoregisseur hat, dass man halt auf der einen Seite seine Stimme finden möchte und auf der anderen Seite aber auch irgendwie das an die Leute bringen möchte. Genau. Und ganz ehrlich, dafür sind wir ja da. Das musst du ja nicht in Personalunionen können. Du sollst als Regisseur, Regisseurin, sollst du einen tollen Film machen. Das heißt ja nicht, dass du Social-Media-mäßig oder Outreach-mäßig fit sein musst. Du musst es schaffen, deine Geschichte zu erzählen. Und du musst eine Offenheit mitbringen, zu sagen, ich setze mich mit jemandem an den Tisch wie Paul und dem Produzenten oder der Produzentin. Sodass einfach eine Art kreativer Diskurs möglich ist und eine Art Reise, die wir auch miteinander machen. Weil wenn man sich darauf einlässt, das kann wirklich auch nochmal die Geschichte zum gewissen Grad ein bisschen ändern. Warum? Weil teilweise gesagt wird, oder die erste Frage, die wir immer stellen, ist tatsächlich dieser. Wer soll deinen Film sehen? Und was willst du mit deinem Film erreichen? Und dann werden die Sachen erstmal gesammelt. Und wenn mein Ziel ist, eine Sichtbarkeit für eine gewisse Gruppe von Menschen oder eine gewisse Subkultur oder eine gewisse Persönlichkeitsstruktur oder wen auch immer zu erreichen. Ich wiederum als Audience-Strategist das Skript gelesen habe und sage, hey, ich sehe diese Person oder dieses Phänomen gar nicht so exponiert, wie du es gerne haben möchtest. Dann ist das vielleicht ein wichtiges Feedback, wo man dann nochmal in den Skriptprozess zurückgeht und sagt so von wegen, hey, wow, das ist meine Agenda, das will ich eigentlich damit ausdrücken. Da muss ich vielleicht gewisse Charaktere auch nochmal ein bisschen stärker entwickeln und denen mehr Sichtbarkeit in meinem Projekt geben. Das bedeutet nicht, dass da im Hintergrund jemand mit einer Fahne der Partnerorganisation wedeln soll oder ganz nebenbei mal irgendwie eine Karte rauszieht oder so. So ein Quatsch überhaupt nicht. Sondern es geht erstmal darum, ist mein persönliches Anliegen und das, was das Skript quasi ausdrückt, matcht das. Und dann geht es weiter. Dann macht man quasi die nächsten Schritte. Und dann natürlich auch die Frage, wenn ich, keine Ahnung, die Gleichstellung von Mann und Frau so wie das Recht auf homosexuelle Ehe in Kenia staatlich festlegen will, dann brauche ich ja eine Story, die richtig sitzt und brauche dann dementsprechend auch eine Kampagne. Und da ist natürlich Rafiki ein tolles Beispiel und hat natürlich einen tollen Film zu dem Thema rausgebracht. Aber ich glaube, es gab da jetzt keine politische Kampagne oder sowas parallel. Aber das wäre natürlich Potenzial. Ich mache mal einen kleinen Sprung. Du meintest ja gerade, es hat sich ja auch einiges jetzt getan. Sie ist recht heutzutage durch diese ganzen VOD-Dienste plus andere Möglichkeiten, um seinen Film zu fördern, wie Crowdfunding, was auch immer. Hast du da das Gefühl, dass dich da was shiftet oder in eine Richtung geht? Also dass man nicht mehr so viel auf diese reine staatliche Förderung oder institutionelle Förderung geht, sondern vielleicht auch mal guckt, wie man privat daran gehen kann? Und wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es außer Crowdfunding? Du hast ja ein schönes Beispiel mit dem Borussia Dortmund genannt, wo die auch noch da mit ihren Kisten hingegangen sind und dort noch sogar Geld geholt haben. Aber wie siehst du das? Ändert sich das? Also ich habe zum einen eine junge Regisseurin kennengelernt auf der letzten Berlinale. Die hat ihren Film über private Investoren finanziert. Die heißt Franziska Pohlmann, mit der habe ich auch ein Interview geführt. Das findet man auch auf meinem Blog, auf meiner Website. Die hat halt gesagt, hey, ich habe ziemlich viel in dem Startup- und Investorenbereich oder Branche mich aufgehalten und habe dann einfach mal gesagt, hey Leute, ich mache ein Filmprojekt, habt ihr nicht Lust, in sowas mal zu investieren? Und die Crowd war interessiert. Und auf einmal hat sie ihren Debütfilm mithilfe von Privatinvestoren gemacht, denen sie dann quasi Anteile in Return versprochen hat. Also es waren jetzt Firmen oder Startups? Genau, das waren glaube ich so persönliche Kontakte, also so Einzelinvestoren, die gesagt haben, hey, wir sehen da was drin. Gab es jetzt keinen Return of Investment, um jetzt mal zu spoilern. Aber zumindest hat sie Leute, ich meine, das ist ja jetzt im Startup-Bereich üblich, jedes zehnte Startup wird erfolgreich so und neun werden es nicht so. Also sprich, wenn du Investor oder Investorin bist, dann hast du schon das Gefühl, oder bist dir das Risiko bewusst. Aber quasi zu sagen, hey, es gibt da auch alternative Förderfonds, die mit sowas arbeiten, mit privatem Investment, das finde ich schon einen ganz spannenden Ansatz. Warum? Weil da natürlich die Frage nach Audience und Zielgruppe auf einmal eine ganz neue Bedeutung hat, weil die Investorin, der Investor will genau das sehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld, was ich reingebe, auch wiedersehe? Und dann ist es relativ schwierig zu sagen, weiß ich nicht und ist mir auch egal. Nee, weil wenn ich dir Geld gebe, dann möchte ich mein Geld zurück. Und deshalb finde ich so diese Intention eine spannende Perspektive, mit der man, glaube ich, auch intensiver arbeiten könnte. Zu sagen, okay, wen erreiche ich denn, auf welchen Kanälen, das machen Produzenten eh. Ich bin mir dessen bewusst. Aber in der deutschen Förderlandschaft sind das bedingt rückzahlbare Darlehen und das bedingt, bezieht sich darauf, dass halt nur zurückgezahlt werden muss, wenn halt auch Profite gemacht werden. Also siehst du es eher als so, dass halt auch so ein bisschen dieser Druck fehlt dann? Definitiv. Also das wäre mal eine spannende Diskussion, auch mit Produzenten. Aber ja, genau. Also es gibt ja zwei Begriffe, die man da gegeneinander stellt. Das ist Soft Money versus Hard Money. Und das Fördergeld ist Soft Money. Und Soft Money bedeutet, es muss nicht zurückgezahlt werden. Hard Money ist das, was man zurückhaben möchte. Und Soft Money macht natürlich eine Industrie und ein Business, wo du Dinge produzieren kannst, die am Ende auf dem Markt nicht erfolgreich sind und das auch okay ist. Weil dann geht es halt um andere Indikatoren. Und vielleicht war das auch die Perspektive, aus der die Regisseurin damals reagiert hat. Zu sagen, hey, wisst ihr was, ich will meinen Film machen. Und ja, das ist okay. Ich halte es auch immer noch für eine große Errungenschaft, die wir haben, eine Filmwirtschaft etabliert zu haben, die jetzt auch nicht nur aufgrund von Markt und auf Zahlen und auf Revenue basiert. Aber ich glaube, diesen Aspekt mehr zu bedenken, ich glaube, der hilft. Besonders für uns als Audience-Leute. Weil man dann nämlich Hand in Hand ist und sagt, nicht nur, wir könnten die erreichen, sondern wir sollten alles dafür tun, dass wir die erreichen. Und das gibt der ganzen Sache einen ganz anderen Druck und auch eine Ernsthaftigkeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Du hattest ja vorher auch so ein paar Begrifflichkeiten, deswegen habe ich dieses Thema hier auch mit aufgeschrieben. Das sind ja so Sachen, die, also ich kannte die noch nicht so. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man halt relativ früh halt schaut, wer das schauen soll. Eben nicht, dass man da reingeht und sagt, man macht das einfach, sondern auch am Ende, ja, wer soll das gucken. Und ich glaube, das ist heutzutage durch die, eben sowas wie YouTube etc. wird es, glaube ich, stärker, weil eben, ja, dort natürlich viel stärker dieser Blick auf die Zielgruppe gesetzt werden muss, weil sonst guckt halt keiner deinen Kanal. Und ich glaube, im Filmbereich einfach das viel noch lernen müssten. So müssen, auch ein bisschen darauf zu schauen, wer der auf der anderen Seite ist und wer guckt das denn wirklich halt. Und ich habe auch das Gefühl, auch du als Filmschaffender, also eben nicht nur der Produzent, aber das hast du ja theoretisch auch gesagt, wenn du denn da in dem Gespräch bist, du auch trotzdem so ein bisschen, ja, ein Gefühl dafür kriegen, wer, wen möchte ich, wie du sagst, wen möchte ich denn damit erreichen mit der Geschichte. Und damit heißt es nicht, welche Geschichte du erzählen möchtest, sondern wer soll denn das gucken am Ende. Und dass man vielleicht auch so ein bisschen mehr den Film auch nicht nur als Projekt sieht, sondern auch als Produkt auch vielleicht auch ein bisschen. Ja, also du hast dich eben noch gegen gesperrt, jetzt habe ich dich so weit. Das auch, also sowas zu sehen, Nein, nein, jetzt machen wir Spaß. Es ist, ich glaube, die Verantwortung von allen in der Industrie, dafür zu kämpfen, dass die Filme Sichtbarkeit haben und dass sie gesehen werden und dass wirklich alles dafür getan wird. Und da spielen die Verleiher zum Beispiel auch eine unglaublich wichtige Rolle, weil das sind die, die dann den Film nehmen, wenn der, wenn der Schnitt fertig ist und an Bord kommen und sagen, hey, wie finden wir das Publikum, wie machen wir die Pressestrategie, wie sieht das Poster aus, wie sieht eventuell nochmal ein neuer Titel aus, den wir benutzen, in welchen Kinos spielt der Film eine Rolle. Und auch da ist natürlich, ja, immer wieder eine neue Herausforderung. Und die Verleiher müssen mit an Bord und die müssen genau diese neuen Strategien auch mittragen und müssen im besten Fall auch uns eher als Partner verstehen als Bedrohung. Und wir hatten das auch im Vorgespräch. Diese Industrie muss zusammenarbeiten und wir müssen alle miteinander dafür kämpfen, dass die Projekte a finanziert werden, b realisiert werden und dann auch eine Sichtbarkeit bekommen. Sprich, wir müssen, wenn wir Filme sehen, müssen wir darüber sprechen. Wenn wir jemanden von einem Projekt hören, was wir spannend finden, müssen wir es auch an einer anderen Stelle nochmal weiter kommunizieren und so. Und uns einfach gegenseitig unterstützen. Das geht nicht ohne. Ja. Richtig, richtig. Wir hatten vorher ja das Thema mit dem Publikum. Und das ist wirklich eine interessante Frage. Ist ja auch, wer guckt heutzutage denn noch Dokumentarfilme im Kino? Weil man merkt ja schon, das Dokumentarfilm... Es gibt immer mal wieder so einen kleinen Hype, habe ich das Gefühl, wo es mal kurz hoch geht. Das hatten wir vor sechs, sieben Jahren war es dieser Blackfish zum Beispiel. Ich weiß nicht, das ist schon länger her. Dieser Dokumentarfilm über einen Orca, glaube ich. Ich habe das Gefühl gehabt, dass damals auch so wieder so ein kleiner Hype war, 2013, wo dann so die Leute wieder... Ja, okay, Dokumentarfilm ist wieder so ein bisschen am Kommen. Und das dann wieder so abgeflaut ist irgendwie. Und da wollte ich mal fragen, was denkst du denn, wer ist denn das Publikum für Dokumentarfilme? Genau. Ich kann hier auch nur die Studie zitieren, weil ich es natürlich auch nicht besser weiß. Ich habe selber keine Erhebung gemacht, auch damals für Doc & Crowd nicht. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich habe qualitativ gearbeitet. Also ich habe einige Regisseure und Produzentinnen interviewt, die Crowdfunding-Kampagnen gemacht haben und so zu deren Learnings, aber nicht jetzt zum Kinopublikum. Die Studie besagt Folgendes, dass wir von der Altersstruktur, also A, dass männlich-weiblich, dass 57 Prozent des Publikums weiblich ist, dass das Publikum sehr, sehr alt ist. Ich kann ja mal die Frage zurückgeben, was denkst du, wie viel Prozent der Dokumentarfilme werden von Ü50-Publikum gesehen? Ja, aber du hast mir jetzt ja gerade eine andere Richtung gegeben. Also ich werde auf jeden Fall nicht unter 50 sagen. Ich würde mal sagen so 68 Prozent. Wow, knapp daneben, aber 65 Prozent. Und die größte Gruppe davon ist über 70 mit 24 Prozent. FFA heißt jetzt in dem Fall Produktion aus Deutschland? Genau. Das ist ziemlich alt. Das ist okay. Aber es fehlt die junge Generation, die nämlich mit 7 Prozent, also 10 bis 19, 7 Prozent, 20 bis 29, 6 Prozent, 30 bis 39, 9 Prozent, die ganz, ganz wenig im Publikum vertreten sind. Und Dokumentarfilme hat das Potenzial, natürlich alle möglichen Zielgruppen anzusprechen und auch die Junge. Und wenn es genau darum geht, Impact und Veränderung und so, dann muss diese Generation da ins Kino. Warum schätzt du, warum das so wenig geworden ist? Weißt du, wie war es denn vorher? Also, wie stark hat sich das verändert? Das kann ich dir leider nicht sagen, also aufgrund dieser Statistik zumindest nicht. Also, warum? Ich meine, ich kann es mir, oder ich kann es probieren, mir zu erklären. Wir haben ziemlich starke Titel so in den letzten Jahren gehabt. Wir haben aber auch viele Filme gehabt, die es nicht mal ins Kino geschafft haben. Ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten, die hat gesagt, dass diverse Gewinnerinnenfilme des letzten Doc Leipzig oder des Doc Leipzig-Deutschen-Wettbewerbs der letzten Jahre keinen Verleiher gefunden haben. Das sagt doch schon mal was aus. Dass quasi in der Festival-Bubble diese Filme gefeiert werden, aber außerhalb dieser Bubble eigentlich nicht existent sind. Und wenn du als Produzent keinen Verleih findest, dann stehst du da, dann hast du eigentlich nur die Möglichkeit, selbst Verleih zu machen, selber eine Kinotour zu machen und dann auch über VOD, über Vimeo on Demand, über Amazon, Self-Publishing, quasi die Sachen rauszubringen. Ansonsten bleibt dir gar nichts übrig. Das ist natürlich, das zum einen, das sind die Filme, die gar nicht auftauchen hier in dieser Statistik. Und zu denen, die auftauchen, wird es dann vermutlich nicht gelungen sein, also Plätze im Kino oder Zeitpunkte, Zeitfenster raus oder zu bekommen, wo das Publikum, welches auch immer, dann ins Kino gehen konnte. Sprich, wie lange ist so ein Dokumentarfilm in der Regel im Kino? Eine Woche oder zwei? Dann fliegt er raus. Sprich, innerhalb dieser Woche musst du aber auch deine Audience aktivieren, mit allem Power, den du hast. Und wenn das nicht passiert, weil eventuell es kein rechtes Verleiherbudget gibt und Werbebudget, dann ganz ehrlich, dann versickert so ein Film auch. Dann kommt er die Woche im Kino, aber so richtig bekommt davon keiner mit. Fehlt denn da vielleicht so ein Blockbuster-Dokumentarfilm? Also ich nenne es mal so, so ein Dokumentarfilm, wo man sagt, man muss da reingehen, weil am Ende, ich gebe dir vollkommen recht, aber viel ist ja auch Testimonials, was auch funktioniert. Also wenn du reingehst und du findest den so gut, dass du sagst, deine Freunde sollen müssen da reingehen, ist es ja, ich meine, heutzutage gibt es ja auch oft diese Variante, dass man halt einen Film zwei Tage nur ins Kino bringt, nur um erstmal so anzuteasen, in Anführungsstrichen, wenn man halt eben nicht, eben das riesige Etat hat, oder Budget hat für eine lange Kinozeit und dann schauen die so gut hoch, und ganz oft, ob das funktioniert, machen die ganz oft bei so Animationsfilmen zum Beispiel, um erstmal zu testen und zu schauen, wer geht rein und wenn dann erstmal das so ein bisschen rumgeht, dann das nochmal in eine richtige Kinoauswertung halt steckt halt und dann, und ja. Das ist spannend, ich habe davon noch nicht gehört, das klingt total interessant. Ich frage mich halt, oder gibt es da einfach das Interesse, dann die Leute gucken sich das an, sind betroffen oder wie auch immer, aber gehen dann raus und es hat sich dann wieder erledigt, weil warum gucken wir so wenig Dokumentarfilm, vielleicht auch vielleicht diese Beitragssituation, vielleicht dass wir eher so auf diese kurzen Sachen eher aus sind, als auf diese langen Beiträge zu einem Thema halt, also weißt du, was ich meine, das ist mal irgendwie YouTube-Zeitalter, so eine Art, das ist einfach einem zu lange zwei Stunden, Kurz-Dokumentarfilme oder Dokumentationen, dann lieber auf YouTube, auf dem Second Screen und parallel dazu kann ich noch arbeiten. So eine Art, genau, vielleicht hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, weil sonst würde es mich ja wundern, ja, warum das so ein bisschen abfällt halt. Es gab, es gab, es war Blackfish, glaube ich, das war auch diese Zeit, wo man so ein bisschen gesagt hat, Dokumentarfilm ist wieder so ein bisschen mehr cineastisch, also nicht nur, nicht nur so dokumentarisch, das ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber nicht nur so, ja, so ein bisschen mehr so eine Redaktion, die das macht, sondern es wirkt mehr so wie so ein, wie ein Film halt. Es sieht aus wie ein Film, ist aber ein Dokumentarfilm, da hast du ja sowas wie mit, 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 mit Whistleblower, mit Snowden, der ja auch sehr cineastisch aussah. War der nicht sehr minimalistisch? War das nicht eigentlich nur Talking Heads? Ja, aber das sah sehr gut aus. Okay, gut gefilmtes Interview. Genau. Aber ich dachte vielleicht, das hilft auch vielleicht, wenn du sagst, voll, ich bin da bei dir, es geht um Production Value an dieser Stelle, dass ich meinen Dokumentarfilm in einer ästhetischen Art und Weise erzähle, der eben nicht EB-Kamera auf die Schulter und jetzt hier ein bisschen geschwenkt und das ist, das ist klar und ich glaube, das gelingt auch Dokumentarfilmern heutzutage sehr gut. Also ein Grund, warum ich ins Kino gehen muss, weißt du was ich meine? Ja, genau. Weil ich eine gute Mischung habe, weil ich ein tolles Bild habe, weil ich einfach vom Schnitt einfach in eine Welt reingezogen werde und in eine Geschichte. Das sollte das Ziel sein. Und egal, ob Dokumentarfilm oder Spielfilm. Das halte ich da eigentlich für relativ egal. Ich glaube, es geht auch für mich um den Diskursraum Kino. Es geht auch darum, wie kann ich jemanden, den ich mit einer sehr sensiblen Geschichte konfrontiere, dann allein wieder in sein eigenes Leben und in sein eigenes kleines Dilemma rauslassen? Gibt es nicht eine Verantwortung, das Publikum auch irgendwie aufzufangen? Da quasi nochmal einen Raum zu schaffen, wo man drüber diskutiert? Lass das Q&A. Okay, ist relativ Standard. Das gibt es immer zu den primären Touren. Mal liebevoller, mal liebloser. Das kommt natürlich auch darauf an, wer das führt und wer da wie viel Energie hat. Aber gibt es dann im Anschluss vielleicht sogar noch eine Möglichkeit, nochmal ein bisschen, Schlagwort Event-Screening, so das Publikum noch abzuholen. Dass man irgendwie noch da was zu essen hinstellt und noch miteinander isst. Sodass das Publikum nochmal so einen Raum hat, um sich auszutauschen. Weil ich glaube, dass diese Diskurse, die nach einem Kinofilmerlebnis passieren, dass das eigentlich das Ziel ist, der Filmemacher diesen Film zu machen. Genau dieses Aktivieren. Aber dafür musst du als Kino einen Raum zur Verfügung stellen, wo das möglich ist. Wo man quasi, wo das so rausfaden kann. Und wo man dann eben nicht in irgendeiner zugigen Lobby ist und dann eigentlich nur sagt so von wegen, wo gehen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Und dann sich irgendwas sucht, was noch auf hat. Sondern eigentlich muss man als Kino da so einen Raum schaffen. Und wenn man das nicht hat, vielleicht muss man sich mehr ausdenken, um zu sagen, hey, für alle, die noch Lust haben, hier und da und jetzt geht es da hin und so was. Und das wiederum heißt auch, das Publikum ernst zu nehmen und Lösungen anzubieten. Und nicht nur hinzusagen und zu sagen, hey, sind alle zu alt oder zu wenig oder so, sondern hey, wir haben uns Lösungen ausgedacht. Wenn ich da immer nur zitieren kann, ist Verena vom Wolf Kino in Neukölln, die sich so liebevoll Sorge machen und sich um ihr Publikum kümmern. Und wenn es in Fällen zum Beispiel kein Poster gibt, dann kann man sagen, ja, okay, dann kann man das jetzt aufschreiben mit Hand und so. Nein, dann haben die halt eine Illustratorin bzw. Illustratorin, die halt dann Plakate macht. Customized für diesen Film. Warum? Damit die da was Schönes hinzuhängen haben. Und auf einmal gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die einfach toll aussehen. Dazu ist ja auch noch der Raum super. Der Raum ist total schön. Das ist liebevoll. Diese Bar, das ist so, da kannst du den ganzen Tag verbringen und immer wieder ins Kino rein und raus, wenn du da Lust hast. Die haben mit ihrem Eventspace genau diesen extra Raum, wo du Geschichten auch weiter erzählen kannst, wo man dann halt sagen könnte, so von wegen, hey Leute, komm drüber, wir haben da noch mal ein paar Fotos ausgestellt und eine kleine Fotoausstellung bzw. wir lesen noch mal ein bisschen was oder machen noch eine Podiumsdiskussion oder sowas. Um auch dieses komische, ich glaube auch, dass das Kino von seiner Anordnung so mit diesen Audimax-mäßigen und dann dieser kleinen Bühne, dass das auch nicht der richtige Ort ist, um so diesen Diskurs zu führen, weil das ist immer so dieses Frontale und das ist eigentlich, das kennen wir auch von Vorträgen oder so Lesungen und sowas, dass eigentlich so Diskussionen in ganz anderen Räumen eigentlich stattfinden muss und das kann man da machen. Du kannst quasi die Community, die Audience, dein Publikum mitnehmen und sagen, hey, wir verlagern noch mal das Gespräch in einen anderen Rahmen und sowas finde ich toll. Ich glaube, über sowas müssen wir nachdenken. Da sind am Ende auch die Förderinstitutionen aufgerufen, auch sowas mehr zu unterstützen, um auch zu sagen, hey, im Bereich Distribution müssen auch noch mal andere Budgets da sein, um einfach die Filme, die produziert und finanziert werden, denen auch eine ordentliche Sichtbarkeit zu geben. Ja, auch ein guter Punkt. Also ich merke, das Thema ist allgemein gerade in der Szene, glaube ich, immer wieder ein wichtiges Thema. Wie werden Filme gezeigt und gibt es denn danach die Möglichkeit darüber zu reden, weil Kino hat sich ja so weit entwickelt, dass es jetzt mehr eine Massenabfertigung geworden ist, als einen Ort, wo man hingeht, um ein Event zu, also man trifft sich, um da was zu erleben. Das ist weniger geworden. Man geht da nur hin, schaut sich den Film an und geht raus und das ist wahrscheinlich sehr abfällig für solche, für Dokumentarfilm besonders, weil du halt eben genau eben mit dem, du gehst rein und nimmst so viel Informationen mit und wirst dann alleingelassen, wie du gerade gesagt hast. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dass man da vielleicht auch erst recht in Richtung Dokumentarfilm vielleicht auch wirklich ja, diesen Diskursen mehr anschieben müsste, weil das ist ja auch das, was der Unterschied ist, wenn man den Film zu Hause schaust oder ob du den Kino schaust. Jetzt im Moment ist es dasselbe, aber wenn du halt sagst, du hast die Möglichkeit danach, mit Leuten, die danach den Film geschaut haben, sich zusammenzusetzen und zusammen auf diesem Stock herumzubeißen und zu überlegen, was man da machen kann, ist natürlich eine ganz andere Wirkung, die man halt erzielt hat, auch für den Einzelnen. Das kannst du zu Hause nicht so erleben halt und ich glaube, das ist sowas, wo ergebe ich dir vollkommen recht, das müsste man mehr, ja, mehr anschieben. Und ich glaube, dass das im Sinne aller Beteiligten ist und wenn die Kinos das nicht leisten können, dann gibt es dann halt NGOs oder Partner oder vielleicht schließt sich da auch so ein bisschen der Kreis, den wir gemacht haben, weil die Frage ist, wo ich mich positioniere und so, was meine Jobbezeichnung ist. Vielleicht passiert da gerade auch noch viel mehr, dass quasi auch neue Felder und neue Bereiche in diese Industrie reinkommen. Vielleicht gibt es auch Kino-Event-Betreiber-Organisationen oder Firmen oder sowas oder vielleicht auch NGOs, die sich genau darum auch noch mehr kümmern und vielleicht sogar das auch ehrenamtlich anbieten für gewisse Filme oder sowas. Das ist alles möglich. Da müssen wir mal schauen, was auch da die Zukunft und die Zeit bringt. Es ist auf jeden Fall klar, dass es nicht ohne die Förderinstitutionen geht, weil die sind am Ende die, die an den Budgets sitzen, die auch dafür notwendig sind und auch die Branche in gewisse Bereiche und gewisse Richtungen auch schieben können. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Förderinstitutionen auch so einen Audience Strategist slash schräg schräg Impact Producer schräg schräg PMD auch in ihren Förderanträgen quasi zulassen würden, dass wir auch mal darüber diskutieren, wie so jemand budgetiert werden kann, was da so die Tagessätze sind und sowas. Ich meine, so ein Skriptkonzert, der hat es mittlerweile reingeschafft in diese Kalkulation und jeder weiß, warum so eine Person wichtig ist, warum nicht jemand von uns Audience Strategist auch so, dass wir einfach gemeinsam uns zusammensetzen und einen gewissen Zeitrahmen haben, wo wir gewisse Sachen anschieben können und dann eventuell umsetzen können. Ich habe vor ein paar Jahren so eine kleine Agentur gegründet, wir heißen Get Your Crowd und wir machen halt genau das für unterschiedliche Projekte und in der Regel führt das zu Aha-Momenten auf den Seiten der Produzenten, die dann sagen, hey, das ist total sinnig und lass uns das gemeinsam machen. Aber dafür müssen wir auch Teil der Kalkulation sein. Wieso spezialisiert die Rechte denn auf Dokumentarfilme? Also wieso macht ihr nicht? Das haben wir nicht gemacht. Das ist jetzt für unterschiedliche Festivals gibt es natürlich dann auch so ein gewisses Branding und dadurch, dass wir auch stark vom Dokumentarfilm kommen, aber wir machen das auch für Feature und auch für Kurzfilme und haben auch einen starken Background in Crowdfunding, Kampagnen, Beratung und Betreuung und da haben wir auch Projekte gemacht aus anderen Bereichen. Also ja. Das heißt, theoretisch muss jemand erstmal das Geld in die Hand nehmen, um euch zu zahlen und dann seid ihr mit in der Crowdfunding-Kampagne oder gibst du andere Modelle? Genau, das ist in der Regel, wie es funktioniert. Es gibt auch Fälle, aber die sind seltener, dass wir mit ins Risiko gehen, aber da müssen schon Projekte sein, wo wir... Selbst auch wirklich denkt, das wird auf jeden Fall irgendwie funktionieren. Genau, aber bei diesem Audience-Building ist das halt relativ schwierig, weil du triffst Produzenten, die sagen, hey, Paul, das klingt total spannend, lass zusammenarbeiten, lass uns zusammensetzen und dann... Ja, aber unsere Kalkulation, die hängt gerade noch an den und den Förderern und wie rechnen wir euch denn ab? Ich habe gerade so einen Fall, wo das auf jeden Fall ein ziemlich kompliziertes Jonglieren ist, so auch von diesen Posten und das würde halt einfacher gemacht werden, indem man sagen kann, hey, so jemand, das ist bei den Förderern angekommen, das ist irgendwo so ein Klebezettel, so ein Audience-Designer oder Audience-Strategist ist jetzt mit an Bord und das würde ich mir wünschen von der Industrie und von den Institutionen, die dort quasi auch Förderentscheidungen machen. Macht Sinn. Ja, spannend auf jeden Fall und da fällt mir natürlich auch sofort ein, dann lass uns doch mal vielleicht was Praktisches fragen und wie würde denn, wenn ich jetzt eine Crowdfunding-Kampagne für meinen nächsten Film plane, wie würdest du denn empfehlen, also wir hatten das Thema Crowdfunding-Kampagne auch schon mal in dem Podcast gehabt, aber eben jetzt vielleicht aus deiner Seite, von deiner Seite wäre es super spannend, mal zu hören, wie würdest du, was würdest du mir empfehlen, wie gehe ich da ran oder was soll ich da, welche Schritte soll ich da nehmen, um da das hoffentlich zu einer erfolgreichen, zu einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne zu bringen? Genau, also ein paar Tipps, die ich mit an die Hand geben kann, ist als erstes, setz dich zusammen mit ein paar Leuten, die du kennst, die ja auch unterschiedliches Skillset haben und macht euch erstmal einen Plan. Guckt mal, wer hat wie viele zeitliche Ressourcen und wer kann was mit in diese Kampagne reingeben. So, da geht es dann um diese Rewards, da geht es um auch die Kalkulation, da geht es auch um die Abwicklung am Ende, wenn es irgendwie um Pakete und so weiter geht. Also das kann auch logistisch eine ziemliche Herausforderung werden, wenn du eine große Crowd erreichst. Dann verschickst du vielleicht mal 150 DVDs oder Poster etc. Also erstmal eine gute Crew, die an dich glaubt und an die Kampagne ist erstmal super. dann Social Media, guck dir an, auf welchen Kanälen du schon bist oder wenn noch nicht, dann öffne die Kanäle as soon as possible. Es geht einfach um eine Sichtbarkeit, dass die Leute, die dann deine Kampagne sehen, auch auf den Kanälen quasi noch mehr Infos auf dich oder über dich bekommen. Und da musst du natürlich auch eine Strategie haben, was passiert da. So von wegen ein Content, jeden Tag irgendwie ein Schnipsel, mal ein Foto, vielleicht mal einen kurzen Clip, vielleicht auch mal einen kleinen Boomerang und so weiter, vielleicht mal ein Interview oder unterschiedliche Interviews mit der Crew, einfach um da so ein bisschen so ein Noise zu produzieren. Dann bin ich immer noch Fan von Website. Also ich kann nur empfehlen, macht euch eine eigene Website und einen Blog, weil nicht allen reichen die Informationen, die ihr auf der Crowdfunding-Plattform veröffentlichen könnt. Sprich, auf der Plattform oder auf eurer Website habt ihr dann die Möglichkeit, nochmal eigene Inhalte reinzupacken und euch dann eine Sichtbarkeit zu geben. Blog auch regelmäßig, auch so um SEO-mäßig eventuell auch sich zum gewissen Thema Sichtbarkeit zu geben und so ist dann am Ende Online-Marketing. Dann geht es um Redaktionsplan. Das kann ein einfaches Excel-Sheet sein, wo du quasi mit Kalenderwochen und so den Kanälen quasi so ein bisschen koordinierst, was da passiert. Das kann auch so mit Unterseiten sein, wo du dann mit deinem Team dich organisierst und sagst, hey, das und das passiert dann. Es können ganz viele Inhalte für Twitter, Facebook und so weiter können auch vorbereitet werden, sodass du dann quasi diese Informationen und Posting-Liste dort schon hast, die dann eigentlich nur an den gewissen Stellen gepostet werden muss, außer dem gibt es andere Tools, die es auch automatisiert machen. Du kannst dir ganz viel Stress nehmen, indem du quasi gewisse Inhalte schon vorproduzierst. Dann regelmäßiges Posten, unterschiedliche Typen von Medien, Fotos, Texte, Grafiken, kleine Geschichten. Okay, dann PR, Online-Offline-PR, also selber auch Pressemitteilungen schreiben beziehungsweise die Presse ansprechen, immer mit einem Angle, denen das entsprechende Medium auch interessiert. Das würde ich empfehlen, auch relativ zeitnah zu machen, weil die immer Zeit brauchen. Und da geht es dann auch so um Rhythmus und Tonus, wann die Veröffentlichungen sind und so weiter. Dann Offline-Events. Triff, sammel Leute ein, lass es irgendwie in deinem Wohnzimmer sein, lass es irgendwo in der Kneipe sein oder irgendwo in einem extra Raum, wo du mal ein bisschen Snippets von deinem Film zeigst, wo du die Crew vorstellst, wo du vielleicht noch sogar extra Geschichten dir einfallen lässt und mach da so ein bisschen so ein Happening draus. Aber du meinst, die Crowdfunding-Kampagne läuft zum Beispiel und dann immer wieder so ein Event machen? Ja, genau. Also ich hatte auch schon so Hosting-Events oder so Launch-Events, wo dann so die Crowdfunding-Kampagne online ging und dann war die auf dem Beamer und dann konnte man sehen, wie sich das entwickelt und dann konnten die Leute über ein iPad oder über einen Rechner, der da rumstand, dann quasi Geld geben und dann war das manchen auch nichts und dann gab es auch Cash so von Leuten, die dann gesagt haben, hey, wir wollen unterstützen und auf einmal hat sich da so ein Drive entwickelt. Und zu diesem Event kannst du natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen deiner Crowd einsammeln und kannst sagen, du willst vielleicht eher ein bisschen formaler machen und so ein bisschen Sekt empfangen und wir möchten ihnen gerne das Pitching-Video zeigen und den Trailer und ihnen ein bisschen was erzählen oder dann halt ein bisschen jugendlicher, je nachdem, wie du es haben möchtest. Dann Reichweite, also mit Leuten in Kontakt treten, die Reichweite haben, die eventuell ein gleiches Profil haben oder eine gleiche Agenda. Und dann der letzte Punkt, sei kreativ und probiere Dinge aus und probiere einfach, was funktioniert und verliert die Angst vor Social Media und Marketing. Man nutzt das als Kanäle, um eure Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das ist so der wichtigste Tipp, dass immer so diese Marketing-Angst oder so diese Verkaufen-Angst, dass das ein bisschen abgeschwächt wird und dass man es eher so als Format sieht, um zu sagen, ja, lass doch mal gucken, wie die Crowd darauf reagiert oder so. Und besonders, wenn jetzt so ein Film schon fertig ist und so viel Schnipsel da rumliegen, mit dem man eigentlich so toll arbeiten kann. Das ist spannend. Ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, kann man ja theoretisch auch, auch wenn man keine Crowdfunding-Kampagne macht, sondern einfach nur eine Produktion, gerade eine Produktion ist von einem Film, auch Starschen mit anwenden halt. Dass du halt trotzdem guckst, dass es eben aktuell bleibt und man muss natürlich, deswegen, dein erster Punkt war gut, die Leute dafür zusammen zu kriegen, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, den man halt vielleicht dann leicht vergisst, ist halt, wie viel Aufwand das ist. Und dass du alleine oder du mit deinem kleinen Team, die jetzt für den Film hauptsächlich zuständig sind, einfach das nicht wuppen kannst, wenn du alleine bist. Das heißt, wenn du da jemanden aber trotzdem irgendwie dafür abstellen kannst, der vielleicht eher für das Social Media zuständig ist oder jemand anderen, der eben den Bereich übernimmt, hilft das, glaube ich, ungemein da irgendwie voranzukommen halt. Und ich meine, am Ende, die Posten im Film, die bedienen wir ja sowieso auch und suchen die Leute dafür zusammen. Das heißt, da müssen wir einfach da nochmal den Blick vielleicht ein bisschen erweitern und halt auch die Leute dann da mit reinholen für das Marketing von dem Ganzen. Und früh genug finde ich auch gut, weil ja, am besten nicht erst dann, wenn der Film fertig ist, sondern erst dann schon ruhig früher, wo man dann halt da mit reinkommt halt. und ich glaube, das hilft erst recht heutzutage, wo so viel da ist einfach. Das sind gute Punkte. Habe ich auch mitgeschrieben. Genau. Und wie du gesagt hast, wenn man keine Lust hat auf Social Media Arbeit, dann holt man sich jemanden an Bord und das muss auch keiner sein wie wir, sondern es können auch im privaten Umfeld Leute sein, die einfach sagen, hey, ich habe da Bock, bin eh den ganzen Tag auf Insta, dann kannst du auch noch einen Account mehr betreuen. Was Sinnvolles hier machen. Ja, genau. Aber da sind ja auch Kooperationen möglich. Ich glaube, um nochmal zum Dokumentarfilm zurückzukommen, wenn es um eine Agenda geht, wenn es irgendwie um so Non-Fiction-Storytelling geht, die Leute sind schon sehr, sehr offen. Ich glaube, das wäre mal auch eine schöne Studie, so die Reputation von Dokumentarfilmen mal zu analysieren, weil ich glaube, es hat schon noch, die Leute stehen auf dokumentarisches Material und stehen auf Dokumentarfilm und stehen auch auf dokumentarisches Fernsehen und so und deshalb, ich glaube, da ist schon so ein Grund, so ein positives Grundgefühl, mit dem man arbeiten kann. Vielleicht müssen wir das wieder so ein bisschen schärfen, vielleicht brauchst du da mehr junge Impulse, make documentary sexy again, so nach dem Thema oder dem Motto, also dass wir einfach so, ja, Leidenschaft für den Dokumentarfilm vielleicht auch in der Öffentlichkeit wieder so ein bisschen entwickeln, weil, ja, da gibt es tolle Projekte und die müssen gesehen werden. Dann kommen wir zum Ende. Es war ein tolles Gespräch. Ich würde da nochmal, bevor wir abschließen, gebe ich immer kurz am Ende Raum, wo man sagen kann, was machst du gerade oder wie, wo kann man euch finden? Du hast ja schon ein bisschen was in der Folge schon mit reingebaut. Hast du denn irgendwie, genau, ich habe gesehen, du hast ja dein Buch, das heißt für die, die es nicht kennen, Doc & Crowd heißt es, ne? Genau. Und da kann man halt, ja, erzählst du, was ist da so Besonderes drin und warum ist das wichtig? Genau, Doc & Crowd ist mein Buch über die Finanzierung und Distribution von Dokumentarfilmen, wo ich so ein bisschen auf die traditionellen Wege, aber auch die internetbasierten Wege eingehe und auch ein kleines Kapitel habe zu Marketing für Dokumentarfilme. Man muss wissen, das ist jetzt knapp vier Jahre alt und eigentlich bedarf es auch sehr schleunig einer Aktualisierung und da gibt es auch Verhandlungen schon. Das kann man auf jeden Fall kaufen, überall wo es Bücher gibt. Für die von euch, die vielleicht das Geld gerade nicht so locker haben, gibt es das auch in Bibliotheken. Also das könnt ihr euch auch leihen und einfach lesen und dann wieder zurückgeben. Also es geht mir nicht darum, mit diesem Buch Geld zu verdienen, sondern es geht darum, dass dieses Wissen da draußen ist und dass das einfach angewendet wird für Projekte. Dann habe ich eine Website, paulried.de, wo ich auch einen Blog habe, wo ich so Interviews führe mit Leuten, wo es auch was gibt zu Privatfinanzierung, wo es was gibt zu Blockchain für die Filmindustrie und jetzt auch noch ein paar andere Sachen kommen. Da kann man mal reinschauen. Und unsere Agentur heißt wie gesagt Get Your Crowd. Ja, alle, sowohl mich als auch Get Your Crowd findet ihr auch auf allen Social Media Kanälen und könnt mir da gerne folgen. Blockchain für die Filmindustrie. Ja, auch interessant. Auch interessant, oder? Ja, kannst du mal gucken. Da habe ich ein sehr, sehr spannendes Interview geführt mit Manuel Bardet aus Quebec in Kanada und der hat da eine Studie rausgebracht und quasi so eine Analyse über das Potenzial. Sehr, sehr spannend. Da ist gerade sehr viel in Bewegung. Deshalb freue ich mich auch auf die Berlinale jetzt wieder, wenn da bei dem EFM Horizon quasi wieder alles Mögliche an Innovation in der Filmbranche sich zusammentrifft und das ist für mich auch immer wieder ein toller Ausblick, weil das ist eigentlich auch ein Bereich, in dem ich mich so zu Hause fühle, so zu gucken, wie die Branche sich in welchen Bereichen entwickelt und was im Bereich Distribution und neue Finanzierung und Marketing eh, aber auch so Storytelling und wie die AI beim Skript schreiben helfen kann und so weiter. Ich finde es spannend und möchte da gerne immer einen Überblick haben und auch Gibt es da Ansätze, dass die AI beim ER wahrscheinlich gibt es Ansätze? Ja, ja, gibt es. Was frage ich denn auch? Andersrum wird natürlich auch ein Schuh draus, dass du dir ein Skript anguckst und dann quasi so das, was wir jetzt noch manuell machen, quasi Highlight ist, was da so drin ist und dann da ein Gefühl bekommst, wer so die Zielgruppen sein kann. Sehr aufgeregt. Genau, dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch. Das war sehr interessant. Ich habe, wie gesagt, auch fleißig selber auch mitgeschrieben, ein paar Ideen mir auch aufgeschrieben. Wie immer, alle Informationen zu der Folge gibt es nochmal in den Shownotes. Ihr könnt die Folge über alle gängigen Audio-Plattformen wie Spotify, iTunes und mit jeder Podcast-App hören und uns natürlich auch gerne folgen auf Instagram, Facebook, Twitter und den meisten gängigen sozialen Medien. Genau, wenn ihr unsere Folgen interessant findet, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Steady, unserer Crowdfunding-Kampagne unterstützt und dann bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, gerne an comments at indiefilmtalk.de Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht und freue mich auf das nächste Gespräch. und dann bleibt mir Wir sehen uns Untertitelung des ZDF, 2020